Er hat einen Leitsatz, der sich eigentlich jedem Tanzlehrer und jeder Unterrichtskraft ins Gedächtnis brennen sollte. Er sagt, Tanzen ist nicht nur den talentiertesten und beweglichsten Menschen vorbehalten, jeder kann es lernen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Er selbst ist ausgebildet in fast allen Facetten des lateinamerikanischen Tanzes. Und dass er diese Freude sowohl als Tanzlehrer im Unterricht als auch auf der Bühne an seine Schüler und an seine Audience weitergeben kann, das wird er jetzt mit seiner Partnerin Siham auf dieser Bühne beweisen. Es wird sensual. Es kommt Kizomba. Orlando und Siham! Dado! Das war's! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier.